Mauritius, kannst du dich mal bitte diesen Dreck zulassen? Das ist ja wirklich langweilig. Jetzt reagiert er nicht mehr. Der Mann freut sich auf jeden Fall. Ich ruf den Mann jetzt mal an. Er hat gerade angeboten, dass wir ein Video anrufen machen können. Mit wem? Mit dem Kollegen. Echt? Ich muss die Spenden vorlesen. Das ist zweitrangig. Alter. Ja, sei gegrüßt. Ja, servus. Jo, krass. Wir grüßen mal die Leute. Jo. Wollt ihr fotzen? Was ist denn los mit euch? Das ist krank. Alter. Nice. Alles fit? Jo. Es läuft. Vielen Dank. Wie feiern Sie denn Silvester? Wie ich Silvester feier? Ja. Ja, mit Drogen. Das ist schön. Lul. Ja. Ja. Was heißt das? Wie bitte? Läufts bei euch, ja? Na ja. Ich lese mal kurz nebenbei die Spenden. Wir sind völlig verblödet grundsätzlich. Also 4 Daumen Bohrmaschine für den Euro. Könntest du bitte mal die Pflanze... Aber irgendwie läuft es ja so zusammen. Vier ein Daumen. Vier ein Daumen Golem für die 5 Euro. Mein Statement zum Vorfall auf der Toilette. Am besten privat angucken. Hä? Nicht jetzt anklicken. Ok. Ähm. Max, du mal die Kamera ein bisschen nach links. Da konnte ich grad unter den Rock gucken. Tja, Junge. Hallo. ganz mal bitte auch ich muss den chat verfolgen